Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wer ist Elliot? Ist Elliot ein Mensch? Nein, er sieht aus wie ein Drache. Was ist ein Drache? Das ist ein Drache. Du musst nicht mehr weglaufen, Pete. Du kannst bei uns bleiben. Sie werden nach dir suchen. Du musst dich verstecken. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieses Vieh im Stande ist. Hört auf! Elliot, lauf! Du bist sehr mutig, weißt du das? Ich würde sogar sagen, du bist der mutigste Junge, den ich kenne. Elliot! Elliot, der Drache. Wir fahren Richtung Osten. Wir verfolgen einen... Es ist ein Drachen! Es ist ein Drache! Du kannst doch nicht über Funk von einem Drachen reden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020